Es hört sich fast an wie ein Vermächtnis. Charlie Chaplin lebte 88 Jahre und er hat uns vier wunderbare Aussagen hinterlassen. Erstens, nichts ist für immer auf dieser Welt, nicht einmal unsere Probleme. Zweitens, ich liebe es im Regen zu laufen, weil niemand meine Tränen sehen kann. Drittens, der verlorenste Tag im Leben ist der Tag, an dem wir nicht lachen. Viertens, die sechs besten Ärzte der Welt sind die Sonne, die Ruhe, die Sportübung, die gesunde Ernährung, die Selbstachtung und die Freunde. In diesem Sinne genießen wir das Leben und hören wir es uns noch einmal an. Nichts ist für immer auf dieser Welt, nicht einmal unsere Probleme. In diesem Sinne eine gute, gesegnete Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017